Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute wieder mal unterwegs und wie jedes Jahr auf der Pferd- und Jagdmesse in Hannover. Ja, waren wir auch dabei? Das sieht man doch. Das sieht man doch. Oh Mann, schnett. Nee, lassen wir. Wir haben eben schon super lecker gefrühstückt und schauen jetzt mal, was uns erwartet. Viel shoppen werden wir dieses Jahr nicht, weil ich nicht viel brauche. Wir nehmen euch auf jeden Fall den Tag über ein bisschen mit. Viel Spaß. Das würde ich auch mit ins Bett nehmen. Goldig, gell? Pink. Nee? Ganz schön warm. Ja. Also dieser Anhänger, an dem wir gerade stehen, wäre genau das Richtige für Estressos Problemphase gewesen, weil es hier diese extra Bruststeine gibt, die man auch von außen einfach lösen kann. So was gab's früher bei uns nicht. Aber völlig gut sagt. Ja. Und ein Panoramabling. Perfekt. Ich finde mich in einem sehr gesundheitsfördernden Finger, würde ich mal sagen. Hier können die Pferde nämlich inhalieren. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt jetzt. Aber hier gibt's Meeressalze für Pferde mit Atemwegsproblemen und so. Voll cool. Wäre für meinen Honey damals genau das Richtige gewesen, der immer gehustet hat. Wir sind jetzt gerade am Stand von N&M Horst Design. Hier gibt's ganz viele schön gestaltete, abschützdeckliche Bracken, Bandagen und Bandagierunterlagen. Ich zeig euch ein paar. Die sehen nämlich echt schön aus. Mama, was könnte dem Espresso gefallen? Das braun. Das finde ich also sehr schön. Hallo, ich bin die Nicola von N&M Horst Design und von Champs. Ich freue mich, euch mal kurz was über meine Firma zu erzählen, die ihr vielleicht auch auf dem Video sehen werdet. Das haben ganz besondere Sachen. Die werden alle bei uns in Österreich hergestellt. Das sind alles absolut limitierte Kollektionen. Jedes Monat eine neue Kollektion. Das sind dann ganz begrenzt. Manchmal auch nur Unikate. Also man muss eigentlich wirklich schnell sein, wenn man was haben möchte. Ich hoffe, ihr könnt so einen kleinen Eindruck bei uns bekommen und ich freue euch. Und dann merke ich schon, mit welcher Charaktere ein Pferd habe ich es so zugekommt. Und das natürlich auch von beiden Seiten machen. Ihr steht dann auch immer auf der Seite, auf der ich gehe. Und auch hier mache ich es so, dass ich hergehe, Röschen reinführe und da hat es einen schönen Blockwert. Und genau. Man sieht, sie schnell kauen wieder. Das ist natürlich ein schönes Zeichen. Weil die sind so hoch. Weil ich sehe, dass sie drüber nachdenkt. Gibt mir jetzt Zeit und sie ein bisschen ruhig. Und das ist prima. Ja. Und noch mal. Dann gehen wir noch mal her. Und dann lassen sie dazu noch fahren. Ja. Super. Hui. Wir kommen gleich aus dem Weg zu euch, um euch zu treffen und freuen uns. Wer kommt denn da? Was ist das denn für ein Teil? Das sieht aus wie so ein Minion oder so. Ist das die Kamera? Hallo. Ist das eine Kamera jetzt gerade? Ja. Ist das eine Mini-Kamera? Hallo. Das ist eine GoPro. Mini. luz? Ja. Da ist es. Die. eine Kamera. Die. 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 Frau. Nein. Nein. Ich habe ein paar Leckerlis geschenkt bekommen, aber leider nicht für mich, aber für einen Espresso. Ich glaube, den werden sie auch schmecken. Süß, gell? Ja, sehr süß. Hier ist die liebe Sarah und wir müssen uns heute mal treffen und nur eine Stunde voneinander entfernen. Eine Stunde zehn. Tschüss. Danke, ihr auch. Euer Junge. Tschau. Jetzt hast du alles drauf. Für Weihnachten, gell? Euch auch. Guten Rutsch. Bis 2018. Tschüss. Sag mal, was wir alles schon gekauft haben. Noch nicht viel. Noch gar nichts. Na doch, gestern im Kaufhaus ein paar Stiefel für dich. Wir haben aber auf der Fett und Jacke noch nichts gekauft. Machen wir jetzt. Was denn? Eine Jacke für die Isar und ein Wintermäntelchen für die Ember. Ist dir kalt? Ja. Gut. Schön ist denn ja, ne? So, wie ihr seht, alles eingeschneit. Hätte ja noch mal ein paar Stunden warten können, bis wir daheim gewesen sind, ne? Oder in dieser Stelle? Ja. Damals broer ist ganz schlecht. Da ist ganz schlecht. Jaja, ja. Da ist noch mal ein paar Stunden lang. Genau. Das war's mit dem Helikowocon.